Musik Moinsens, Wambo am Start, heute mal wieder ein Gameplay-Kommentary von mir Steige ich auch direkt aufs Gameplay ein Und ja, was seht ihr denn so tolles im Hintergrund? Es ist auf jeden Fall ein Gameplay von dem lieben Denex Ein 110k Gameplay und zwar Non-Lethal Das heißt Waffen-Kills muss ich euch auch gar nicht sagen Ich glaube Wächter, also der Wächter von ihm hat auch keinen Kill gemacht Ansonsten ja auf jeden Fall 100 plus Non-Lethal Und ja, die haben hier die Gegner so ein bisschen getrappt hier mit Wächtern Ziemlich lustig auf jeden Fall, hier so ein paar Randoms geklatscht Ja, Multiteam spielen unsere Member auf jeden Fall nicht mehr Also der Apokalypto-Clan, ich kenne keine Also ich bin mir, ich glaube keiner von uns geht mehr derzeit auf Gameplays Keine Ahnung, keiner von uns spielt mehr Multiteam oder sonst ein Scheiß Ich glaube alle nur noch Solo, ich bin ja derzeit so auf Frei-für-Alle-Jagd Nuked-Out, Jagd meine ich eher in Modus-Frei-für-Alle Kommen auch recht gut zurecht, glaube ich, ich habe jetzt 5 Nuked-Outs Nuked-Outs und sämtliche Fails Aber naja, vielleicht interessiert euch das Klassengeld Obwohl, naja, Black Ops 2 ist ja sowieso jetzt ausgelutscht für die meisten Ich finde, ja, man kann es noch spielen Habe hier auch so derzeit eine sehr lustige Serie Und zwar Winning in All Modes mit dem Venom und dem Gaps Riecht lustig auf jeden Fall So macht Black Ops 2 auf jeden Fall noch Spaß Aber ja, ich will jetzt nicht vom Thema ablenken Komme ich direkt zum Klassenguide Er hat hier auf jeden Fall ohne Hardliner gespielt Einfach die kugelsichere Weste Zähigkeit, Plünderer und Gewandtheit Dann natürlich noch das C4 Und den Taktikeinstieg dabei Taktikeinstieg finde ich jetzt meiner Meinung nach etwas sinnlos Aber naja, jeder muss selber wissen, wie er spielt Multiteam, ja, das Klassenguide gefällt mir ansonsten ziemlich gut Hier mit kugelsicher Weste Hardliner braucht man sowieso nicht Stellungsboost versuchen Und ja, ein ziemlich nettes Gameplay Okay, ihr findet bestimmt sowieso Multiteam, Noobsbashen ist nicht das Wahre Aber ich finde, ich glaube, ja, derzeit kommen sowieso nicht mehr Solche Gameplays Also hauptsächlich so ein paar Gameplays von Urgy Wie so MV3, dann noch letztens erst von Rocco Richtig krasse MV3-Videos Also Gameplays, auf jeden Fall ziemlich krass Ich finde, also ihr könnt mir ja unten in die Kommentare mal schreiben Wie ihr es so findet Ob ihr, also Wie ihr so den Upload-Plan haben wollt Also mehr Solo-Gameplays Keine Ahnung Also man kann es jetzt nicht bestimmen Weil jeder unserer Member Verschieden spielt Einige spielen auch Support Also lassen sich supporten Andere auch nicht Aber ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben Was ihr so für ein schönes Gameplay empfindet Also Keine Ahnung Falls ihr auf Nuked Out steht Versuche ich noch weitere zu spielen Und ja Ich glaube das Genau Ich habe ja noch gar nicht erzählt Wie er die Typ 25 gespielt hat Und zwar mit dem schnellen Magazin und den Schaft Ja, ist auch sehr außergewöhnlich Naja, ich meine Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist Aber mit den meisten, mit denen ich spiele Die spielen die Typ 25 Meistens so mit Schaft und Visier Oder erweiterten Magazin oder sonstiges Aber ähm Die kommen einfach nicht mit dem Visier Von der Typ 25 klar Aber naja Ich spiele diese Waffe allgemein nicht so Aber wenn ich sie spiele Dann spiele ich sie auch so Mit Schnellmagazin und dem Schaft Ganz am Anfang kam ich auch nicht mit dem Visier klar Da habe ich auch das Rotpunkt Visier gespielt Und ihr merkt schon Ich schlage hier die Zeit tot Ich habe mir kein Thema vorbereitet Ich kann euch auch gerne sagen Wieso Ähm Dass es so ist Und zwar Ja, also Ich nehme jetzt gerade das Kommentar auf Ist schon ziemlich spät Warte, wie spät ist es ganz genau? So 19 Uhr Ähm Am Mittwoch Und ja Das Video muss Donnerstag raus Das heißt Ja, ich rendere ziemlich lange Und ja Das Gameplay ist dann auch schon vorbei Und ja So kam es halt zu Komplikationen Deshalb konnte ich mir kein Thema vorbereiten Und tschüss Bis zum nächsten Mal Falls euch dieses Gameplay-Kommentary gefallen hat Schaut einfach mal auf meinem Channel vorbei Und er hat hier die Gegner rasiert Schaut auch auf seinem Channel vorbei Komm Ja Gameplays mit Musik Und tschüss Bis zum nächsten Mal Haut rein Jungs medble undoubtedly Tat li scraB mit Sì mit